Der Lebenszyklus einer Weinbergschnecke Das ist eine Weinbergschnecke. Im Juni oder August gräbt die Weinbergschnecke mit ihrem Fuß ein Loch in die Erde. Dafür braucht sie fast einen ganzen Tag. In dieses Loch legt sie 60 bis 70 Eier. Anschließend bedeckt sie das Loch wieder mit Erde. Nach ungefähr 28 Tagen schlüpfen aus den Eiern kleine Weinbergschnecken. Die jungen Weinbergschnecken kriechen aus dem Erdloch, suchen sich Nahrung und wachsen heran. Das war der Lebenszyklus einer Weinbergschnecke.